Wir haben 55 Festangestellte bei uns im Hotel und sind natürlich gegen LNG. Weil wenn wir uns mal umdrehen, wir haben die Ostsee vor der Tür, die Gäste sind hier wegen dem Tourismus, wegen der Natur, wegen dem Strand, wegen der Sonne, wegen der Erholung. Wenn wir demnächst dann acht große Tanker hier vor der Tür liegen haben, ist das ein reiner Störenfried. Wir sind kein Industriehafen, wir sind kein Industriestandort, wir sind Natur. Wir sind kein Industriehafen, wir sind kein Industriehafen, wir sind kein Industriehafen.